Musik So, ich bin unheimlich stolz, dass wir euch heute den ersten Carbon Composite Rahmen serienreif vorstellen können. Dieser Rahmen ist in den letzten fünf Jahren in einer intensiven Kooperation zwischen V-Frames, Engel, der JKU in Linz und Plastic Innovation entstanden. Der Rahmen ist absolut revolutionär in mehreren Gesichtspunkten. Der erste ist, dieser Rahmen wird im Spritzgussverfahren hergestellt in einem besonderen Verfahren. Das heißt, durch ein Fluid-Injektionsverfahren haben wir eine hohe Geometrie, die uns zum ersten Mal einen Rahmen im Spritzgussverfahren herstellt, der genauso steif ist wie ein guter Aluminiumrahmen und dabei noch leichter. Aus wirtschaftlicher Sicht ist das ebenfalls eine Revolution. Wir können mit einer Maschine am Tag 1000 Rahmen produzieren. Das heißt, wir können günstiger produzieren als die herkömmliche Aluminiumrahmenproduktion in Asien und damit können wir die Rahmenproduktion in großem Stil von Asien zurückholen nach Europa, was unser Ziel ist. Wir haben allein in unserem Werk bei V-Frames und Isoco eine Kapazität von bis zu drei Millionen Rahmen, Fahrradrahmen pro Jahr, schon heute installiert. Ein dritter revolutionärer Punkt ist die ökologische Bilanz dieses Rahmens. Wir haben hier den ersten Carbon-Rahmen, der 100% recycelt war ist. Das heißt, dieser Rahmen wird einfach eingemahlen und dann der Spritzgussmaschine wieder zugeführt und einfach in einen neuen Rahmen wiederverwendet. Das heißt, wir können einen Rahmen mit bis zu 100% recycelt Material herstellen. Die Energiebilanz zeigt das gleiche Bild im Vergleich zum Hydroformverfahren für Aluminiumrahmen, wo sehr viel Energie verwendet wird, wo geschweißt wird, wo es viele Vorgänge gibt. Entsteht dieser Rahmen vollautomatisch in 90 Sekunden im Spritzgussverfahren. Das heißt, was wir machen, wir heizen einfach drei Kilo Material auf 280 Grad und kühlen es ab und der Rahmen ist fertig. Das heißt, unser CO2-Footprint in der Produktion des Rahmens ist ungefähr 30% im Vergleich zu einer herkömmlichen Aluminium- oder Stahlrahmenproduktion. Jetzt sind wir soweit, nach langer Zeit, dass wir endlich hier in Serie gehen können. Das ist der erste Rahmen, das ist das erste Rad, was wir im Markt sehen werden und wir werden noch viel mehr sehen. Das ist der erste Rahmen, das ist das erste Rad, was wir im Markt sehen.